Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Part von Yoshi's 20 World. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Wir sind nicht da. Da sind wir. Ja, genau. Ich bin nicht alleine. Ich habe ja gesagt, das nächste Level wird auch auf jeden Fall mit Klopperchen sein. Genau, ich bin auch noch mal der Kakao Yoshi. Genau, ich habe den Shy Guy Yoshi und wir gehen in das siebte Level herumgekrebs am Strand. Da kriegen wir einen Krebs Yoshi. Weiß ich nicht. Wahrscheinlich ein Krebs Yoshi. Süß. Mal gucken, was hier wieder für lustige Bildchen sind. Aha, interessant. Ja, wir sind am Strand. Oh, schön. Sehr schön. Der ist sonstig. Guck mal. Ich liege auf einem Sonnenschirm. Der will uns gar nichts tun, wir werden gleich essen. Ey. Nein, wir machen ihn kaputt. Ist auch nicht besser. Dann essen sie. Nein. Meine Wolle. Au, wo kommt der her? Da fliegt was. Geht da hin. Ich will die Krabbe haben. Geht der irgendwo hin? Ich glaube, das ist eine Möwe. Huch. Hier raus. Ich esse jetzt die Krabbe. Das ist eine Tasche. Das geht nicht. Oh, nee. Ah, der ist sauer. Schieß ihn um. Hier ist drauf. Ah. Spann. Hey. Raus, komm hier. Komm, Mann. Du hast gesagt, da. Ich wollte das gar nicht. Hey. Alles meine. Oh, Mann. Nein, ich habe schon geklaut. Nein. Oh, nein. So. Ah. Au. Ich kann hier nicht schießen. Oh Mann. Ist es geklappt? Nein. Nein. Guck mich an den Propeller unten. Süß. Du musst von hier aus schießen. Ich glaube, die Krabbe tötet mich, wenn ich die angreife. Oh nein, eine neue Wolle. Ich brücke die Herzen. Das kommt, wenn du so viel Unfug machst. Das ist nie Unfug. Karpator! Karpator! Was meinst du? Nein. Oh man! Aber meine Wolle! Kann man Karpator essen? Karpator! Ey! Oh! Süß! Kannst du nochmal werfen? Warte! Ey! Karpator! Warte mal, da ist ein... Genau, schieß mal drauf. Oh! Ein Hütchen! Gut gemacht. Oh, was ist das? Oh ja, da gehst du nicht. Ah, sehr schön. Oh Gott, der Arme. Mal gucken, ob hier irgendwie noch was drin ist. Das muss mal eben das zerstören. Oh Mann, wir kommen nicht mehr hoch. Wir müssen aufeinander springen, aber nicht gleichzeitig gehen. Oh Mann, ich komme nicht ganz hoch. Zeig ein bisschen Teamgeist. Oh Mann! Ich bin zu dick! Hahaha! Ich glaube da ist nichts mehr. Nee, aber nicht das sein können. Du wirst dich nicht gesund! Ich schaue in die Säcke! Das... Karpator! Was? Du hast aber noch keine Herzen. Nee, ich finde keiner. Oh, wie süß! Ist da drin? Eine Rolle! Eine Rolle! Rot und Grün! Au! Oh Mann! Wer macht dir Unsinn? Du machst Unsinn! Nein! Niemals! Oh nein! Nein! Befreit sich wieder! Oh Mann! Der befreit sich wieder! Oh! Guck mal! Zweite Blume! Guck mal! Guck mal! Stimmt! Aber hier waren nur... Oh, hier sind Herzen für mich! Ach Mann! Du hast volle Herzen! Wie unfair! Ich mach keinen Unfug! Ich mach keinen Unfug! Mal gucken, was jetzt wieder kommt! Wir verwandeln uns wieder! Oh cool! Ein Moped! Motorrad Yoshi! Er macht weder vor Gegnern noch Wänden halt! Drücke 2, um zu springen! Cool! Oh Gott, sind wir schnell! Achso! Das ist doch cool! Das ist doch cool! Das ist doch cool! Oh Gott! Vielleicht ist bei uns noch Wolle, lass mich mal kurz nachgucken! Ne, da ist nichts! Oh Mann! Ich bin weg! Oh Mann! Ich hab' auch schön gemacht! Oh Shit! Oh Gott! Ich hab' auch schön gemacht! Ich weiß' ich gar nicht, irgendwie war da gar nichts außer ein paar Münzen, ne? Ja! Hoffentlich haben wir nichts übersehen! So! Hier, da gleich auf! So! Ich hab' auch kein Ding zu weg machen! Komm' nicht raus! So! Hier, durch? Au! Vielleicht hier, von der Seite? Soll ich mal hier versuchen, reinzugehen? Ich komm' mit! Süß! Also eine Blume haben wir nicht übersehen. Das ist schon mal gut. Oh, ich habe noch was immer so gegessen, das kann ich keine spucken. Ich mache das kaputt. Oh Mann, warte. So, keine Vorlinge. Das ist ja auch eine Wassermelone. Können wir hier wieder rausgehen. Wo hast du die her? Die lag da am Strand. Pink. Oh Mann, so geht das. Voll vorbei. Oh nein, ich will nicht mit dir untergehen. Oh Mann, ich will da hoch auf die Palme. Hey, danke. Hey, du warst sehr hilfreich. Arsch. Oh Mann, ich will da hoch. Guck mal, ein Frag-Lachin-Zeichen. Wie soll der, ach so, muss ich von hier oben schießen? Oh. Oder sprung mich da rein. Geht auf. Oh Mann. Komm her. Psst. So. Oh, es fehlt auf jeden Fall nach vorne. Da, jetzt kannst du auch schießen. Oh Mann. Ich würde sagen, wir machen das von hier ganz oben irgendwie. Da ist Wolle. Nimm die mal. Oh, okay. Ich hab keine mehr. Ich auch nicht. Guck mal mit. Ne, egal. Ja, guck mal. Willst du ich das machen? Na gut. Nein, meine ganze Wolle ist weg. Was ist denn eine Wolle? Nach unten. Da wird mehr aus Grund. Toll. Voll die Verschwendung. Da ist eine Wassermelunde. Hier ist so eine Wolke. Oh Mann. Oh Mann. Toll. Haben wir alle Stempel? Oh, das ist auch gut. Beziehungsweise ganz viele Diamanten. Ich hab keine. Ich auch nicht. Oh Mann. Oh, Blümchen. Dann haben wir glaube ich auch alle. Die Arme. Ich wollte es nicht. Nein. Hier. Passen. Passt eh genug. Ihr Schlund. Oh no. Hier oben sind auch Melonen. Da ist auch einer. Da ist auch einer. Da ist auch einer. Oh, der hat einen Linkspock-on rein. Wir machen das mal. Oh. Die darfst du nehmen. Ja. Könnte wirklich ein Krebs werden, oder? Mhm. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken, ob man hier unten auch mal reinkommt. Ne. Oh Gott. Schau mir das. Da ist die letzte Blume. Ich dachte, wir hätten alle. Ach so. Cool. Okay. Na komm mit. Du hast es auch noch geschafft. Aber wir haben beide leider nur einen Diamanten mitgenommen. Oh Mann. Macht aber nichts. Genau. Wir haben alle Blumen diesmal. Die ganze Wolle haben wir. Ja. Und alle Stempel haben wir glaube ich auch mal. Da. Ich glaube ja. Genau. Das Ergebnis sieht diesmal besser aus. Ja. Sehr schön. Gucken wir mal, was wir für einen Yoshi kriegen. Aber du könntest recht haben. Mal gucken. Ich liebe Yoshi. Oh ja. Süß. Süß. Ach Melonen Yoshi ist das. Echt? Ich hätte eher an Krebs gedacht. Aber stimmt. Das Schwarze müssten dann die Kerne sein. Süß. Ja. Melonen Yoshi. Hätte ich nicht mitgerechnet. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wurde wieder zusammen gehäkelt. Ähm. Ja. Sehr schön. Ich fand das Level voll cool. Und zu zweit macht das echt viel mehr Spaß. Muss ich sagen. Äh. Ja. Das gegenseitige Fressen und so. Und man kommt halt auch leichter an die Sachen ran dadurch. Ja. Weil da nicht Wolle fehlt zum Schießen oder so. Ja. Und ich finde immer diese Fragezeichentüren cool, wo man dann verwandelt wird. Mhm. Ich fand dieses Spike auch richtig cool. Na gut. Wir gucken mal eben, wie das nächste Level aussieht. Sieht auch interessant aus. Das ist ein Schloss. Ja. Ja. Gut. Das machen wir dann im nächsten Part wieder. Ähm. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Like oder ein Kommentar da. Ähm. Das Schloss werde ich auch auf jeden Fall mit Klopperchen zusammen machen. Er wird also beim nächsten Mal wieder mit dabei sein. Und äh. Wir nehmen das Ganze ja in einem Stück auf. Aber es kommt auch nach verschiedenen Tagen. Ja. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Eure InoriLP. Und euer Klopperchen. Genau. Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss und auf. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020